Herzlich Willkommen zurück Leute zu ner neuen Runde PlayerUnknown's Battleground mit dem Kapuzenwurm Guten Tag, hallo! Wir landen hier am Wasser. Genau. So. Hast du dein Granatproblem, wirst du ja gleich sehen, gell? Ja, mal schauen. Da hat man ein Granatenproblem, da wechseln wir zu Nade. Hatte ich auch schon bei Bar letztens. Achso, das ist aber ganz... Keine Ahnung, das gibt's auch nur hier, die sind Fehler. Das ist nicht so gut. So, schauen wir mal um ein paar geile Sachen. Eine UMP hab ich schon mal. Ich hab ne geile Weste, aber ich bin schick. Schrotflinte. Unser Nachbar hört grad so laut Musik, ich kann grad nicht sagen, ob dieses Doom 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 vom Spiel kommt oder jetzt mein Nachbar ist. Weil es könnte auch die dritte sein im Nebenhaus irgendwie. Ich hab hier aber kein Landen sehen. Das heißt natürlich nichts. Ja, ja. Ach gut, der M4. So. Hab ich auch. Okay. Krassartier, ne? Ja. Krassartier, krassartier, muss man sagen. Okay, gut. Ähm. Ja, sonst hab ich nix. Wollen wir auch noch auf die andere Seite gehen? Oh Gott. Bin nur am Lüden. Achso, das ist das Wasser da so. Achso. Du bist nur noch hinten. Ja, gut. So weit. So viel hab ich nicht gehabt. Ne? Oh, ne Dreierwässer. Naja. Das hab ich nicht. Nein. Dreierwässer ist schon mal gut. Ja. Wenn's kalt wird. Warte mal. Winchester ist, Winchester ist nix, oder? Ähm. Ja, ne. Würde ich nicht nehmen. Erstmal. Okay. Ich kann ja jetzt sein. Ja, eine super Fernkampf-Alternative. Dann würde ich sagen, gut. Die nehm ich mit. Hab ich aber auch geschossen, gell? Was ist das? Ja, im Bootcamp ist aber auch klar, ne? Ja, er muss trainiert werden. Schon klar. Also, ich wär, ich wär ready. Wenn, wenn du... Ja. Über die Brücke laufen auf die andere Seite. Können wir mal. Über die Brücke? Ja, gehen wir schneller, ne? Doch, kommen Sie meine Lady. Wo hast du das rote Outfit? Das ist nicht das... Das ist von... Ne, das rote Outfit ist vom Invitational in Berlin. Ah, okay. Ja, ich wurde nicht invited. Ja? Deswegen hab ich das auch nicht. Ähm. Wie ist das? Hast du dein Paket eigentlich schon? Willkommen, dein PUBG-Paket? Ne, ich... Also, ich muss... Erstmal muss ich nur einen Termin mit der Post vereinbaren. Also, ich weiß noch nicht, ob... Es kann ja auch sein, dass es nicht das PUBG-Paket ist. Ja, aber ich geh davon aus... Ich glaube nicht. So viele kleine Lumps, ja, haben das bekommen. Und... Ja, man muss ja auch nicht die Besten ja noch belohnen. Ja, ja, ja. Also, pfah. Mister... Äh... Ja. Das weiß man nicht daran. Mister... Ja. Bescheiden. Danke. Das wollte ich jetzt sagen. So. Okay. Aber nein, äh... Aber es... Wir haben wirklich keine Twitch und Toodles auch schon bekommen. Hallo. So, gut, dann geh mal weiter, oder? Bist du bereits okay? Wir sind super zum Bootcamp. Ja. Okay, ich hab halt kein Easy. Hast du eins? Das brauchste. Ich hab keins. Also Miss Ocean. Dropp dir mal ein... Hier. Da liegt ein Holo. So. Ah ja. So. Attacke sag ich dann. Oh Gott, nicht lieber nicht. So. Okay. Sind sie bereit, Bubbele? Wenn du ihn tötest, gell? Ja. Dann sprich vor ein Vaterunser. Und dann kommt der Himmel. Äh, wenn er kein guter Mensch war? Dann... Dann muss... Dann kannst du auslassen. Red Dot. Ja, also brauchst du nicht? Nee, kannst du haben. Geil. Nice. Okay. Red Dot ist halt immer... Echt geil. Ja, im Bundesheer. Und beim Bundesheer dachte ich auch immer, äh, kriegen wir ein Red Dot? Nein. Kriegst halt einfach nur Scheiß, Kim und Korn. Boring, ja? Sag ich da nur. Ah, da unten, schau. Hier wird auf jeden Fall weit sein. Ja, ja, klar. Ich glaube nicht, dass da noch ein Spieler irgendwo ist. Was war das? Das wirst du? Ich bin krass gesprungen. Boah, ist das... Oh shit. Im Bootcamp da unten alle? Ja, ich nehm noch ein schönes Medi hier auf. Nehmen wir das mit. Los, zum Botcamp. Da war jetzt kein Kompliment. Da rechts ist ne Smoke gedroppt. Gerade jetzt? Ja, man sieht sie halt, ne? Ob Gottes Willen. Was ist denn da los? Aber... Okay, wir müssen... Ja, ja. Bubele, gell? Du weißt schon, dass da im Bootcamp... Wir müssen riskieren. Wir müssen da nicht rum, gell? Na klar, jetzt kämen wir's. Das ist aber sehr close, Bub. Okay, du hast das Medi-Pack mitgenommen, oder? Ja. Ja. Boah. Oh Gott, das ist aber sehr close, Bub. Wie du willst? Ja, wir streichen uns hier links an die an. Okay, okay, okay. Ich... Ich komm zu dir. Boah. Hier rein. Komm rein ins Haus, Kapuze. Hier sind zweier Helm. Ja, ich habe, ich habe, ich habe, ich alles gut. Du wirst jetzt gleich morgen müssen. Hoch, wir gehen hoch. Ja, die sind oben. Ich glaube, die sind oben. Die sind oben. Ich glaube, die sind nicht in dem Haus. Die sind neben? Ja. Ja, gut. Schön, dass die Tür... Äh, okay. Okay. Okay, hier bleiben wir erstmal. Hier oben ist mich löchert. Dann waren die da? Sind doch ein Fenster gesprungen? Ne, die sind doch nicht. Der Sandsack vor uns ist durchlöchert. Achso, das meinste. Ich dachte, die waren da drin und sind rausgeguckt. Oh Gott. Hallo, du Madman! Und? Eins? Es piepst! Und? Wo sind sie nur? Könnten doch in dem kleinen Raum da sitzen. Jo. Aber da schießt keiner mehr. Ich sehe einen. Wo? Moment. Hab einen down. Kann man finishen? Kannste nicht finishen. Ein Gebäude drin? Warte mal, da muss er ja aufstehen und den aufheben, oder? Oh Gott, das ist aber... Ist das hinter uns? Hallo? Warte, wir haben ja noch das Haus. Klar. Mach unten die Tür zu. Nur damit wir es hören. Ja. Aber man könnte auch durchs Fenster reinkommen. Okay. Ja gut, einer ist erstmal down. Ja, down. Ja, okay. Das heißt aber, er hat ja eh schon kaum noch... Äh, ich sehe ihn auch. Wo? Äh, schwer zu erklären diesmal. Ja. In dem blauen Haus, 145. Blaue Etage. Ja. Oh! Oh! Hm, läuft jetzt weg. Konntest du auch nicht sehen. Der Typ hinter uns lebt anscheinend noch. Ich sag, der hier ist alleine. Äh, da glaub's da drin ist immer noch. Äh, einer ist, äh, ne auf der Brücke, der kommt rüber. Richtig schlecht von mir. Ich hoffe du hast ihn. Er ist down. Der ist direkt tot. Okay. Ja gut, ich habe auch total überschätzt, dass meine Waffe so nach oben zieht. Die Schüsse waren trotzdem näher dran. Äh, ich sehe ihn da drüben auf der anderen Seite wieder rotes Haus, den du gedaunt hast. Der schaut beim Fenster jetzt raus. Wie viel M4 Muni hast du? Äh, 100. Kannst du mir was geben? Ich habe 0. Warte. Äh, ach so, warte mal. Äh. Hier. Nimm was raus und gib's wieder zurück. Ja, warte. Ich sehe ihn, er piekt wieder. Hier hast du Schuss. Drittes Fenster von links. Ja, du hast wieder Muni da. Drittes Fenster von links. Warte. Ja. Er schießt. Hast du geschossen? Nee. Aber ich meine, ich habe gerade Steps hinter uns gehört, deswegen. Ja. Ich sehe einen weglaufen vor uns. Der ist tot. Der wurde gefinisht. Sehr gut. Okay. Aber nicht von mir leider. Richtig weg von links immer noch. Scheiße, hier ist einer richtig low. Wir sollten den pushen. Okay. Bist du bei mir? Ja, ich komm. Hinter dem grauen Haus vor uns. Pass auf, von links. Direkt 160. Das erste graue Haus. Das sind die links. Ja, ja, ja. Ist egal, ist egal, ist egal. Hier hinter dem grauen Kasten. Ich sehe es. Ja, der ist dahinter. Wo ist er? Er kann nicht weiter. Vor mir im Haus. Alles gut, alles gut. Die von links schießen? Nicht rein. Okay, okay. Er wollte oben raus, ist tot. Okay, du weißt, wo der andere jetzt ist? Ja, links irgendwo. Ja, ich sehe es. Ich sehe es. Ich sehe es. Ja, ja, chill, chill, chill. Die brauen noch, oder? Bist du deaf? Bist du sicher? Ja, ja. Alles gut. Ich heile gerade. Puh! Ich werde mir aber gut gehen. Ich rede ich, wenn es nicht geht. Alles gut. Boah! Okay. Äh, ich habe halt Angst, dass die jetzt gleich kommen, ne? Ja, ja. Alles gut. Also, pass auf. Fenster ist deadly. Und du kannst die vielleicht irgendwo... Ja, ich sehe sie immer noch. Sie schauen, sie sind immer noch im Haus drin. Sie sind immer noch da, ja? Sie sind immer noch drin, ja. Okay, okay. Ja, ich sehe ihn. Dennis hat so einen weißen Ärmel. Äh. Okay, okay. Warte. Ich habe einen besseren Spot jetzt. Ja? Im oberen Fenster. Rot, ne? Äh, ja. Äh, genau. In einem der oberen. Äh. Auf der... Warte mal. Ich baite sie nur. Ja, ich sehe den Rennschirm. Ich kriege ihn hinten raus. Ich kriege ihn hinten raus. Ne, ne, ne. Lauf immer noch rum. Warte, warte. Ich probiere was. Ich glaube, ich achte gerade nicht auf mich. Pass auf, ne? Habe ihn einmal getroffen, Aaron? Sehr gut, Drones. Ich habe Angst, dass wir halt... Gehst du hin? Ne, ich loote den anderen gerade. Achso, ja. Okay, okay. Er zeigt sich jetzt nicht mehr. Okay. Das sind deine Steps, gell? Ja. Das sind deine Steps, gell? Ja. Ja. Der mit den weißen Ärmel? Äh, schwer zu erkennen. Ich bin leider unter denen. Ich sehe ihn auf jeden Fall da rumlungern. Und jetzt andere? Komm mal zurück zu unserem ersten Haus. Ja? Da wo wir angefangen haben, ja. Okay. Warte mal. Ja. Ja, ja. Kannst ruhig da runter kommen. Da noch irgendwas gehabt für... Ne. Okay. Ja. Probier mal. Ich probier das zu looten, weil... Ah, okay. Den Seine war genauso schlecht wie meiner. Okay. Okay. Ich komm rüber. Ja. Sind die immer noch rum? Äh, ich glaube ja. Ich loote gerade den letzten, den wir noch hatten. Ja, okay, okay, okay. Ah, da drin ist ein besserer Teil. Oh, da ist noch ne Dreierweste. Wo, ne Dreierweste? Du hast schon eine? Ja, ich hab schon eine und die ist nicht beschädigt. Die kommt zu mir. Ja, sofort. Jetzt komm ich. In dem hintersten Zimmer unten. Okay, warte. In dem Haus, wo du jetzt warst, ne? Ja. Unter mir, ja quasi. Äh, ich sehe einen anderen. Moment. Äh, 110. Ist aber auch noch nicht bei uns, ne? Ich beschieße ihn. Er rennt jetzt weg. Er rennt jetzt weg. Er rennt nach 75 rüber. Ja. Ich hab mir gerade die Dreierweste geholt. Ich lad gerade meine Sniper nach. Hab ihn. Ist tot. Tot. Okay, tot ist gut. Ja, das war nur einer. Sehr gut. Ich mach mal die Fenster, äh die Türen zu. Sniper rechts von uns, 185 silenced. Okay, 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 okay. Ähm, wir könnten, ich werde nicht unbedingt looten wollen. Ne, ne, wir sollten noch warten jetzt. Weil jetzt kommen gerade viele. Hast du einen 4 Muni? Ja. Ich hab heute echt... Ja, ja, komm her. 43 noch. Komm her zu mir. Ja. Oh geil, okay. Danke. Ich geh rüber und schau drüben. Hä, das ist auch... Was ist das? Ja. Ja. Man sieht sogar meinen Dude noch liegen, wenn du... Also... Ja, ja, ja. Äh, die sind immer noch da. Die sind immer noch da die anderen zwei. Okay. Äh, der pickt raus, der pickt raus. Zu uns in die Richtung? Ja, ja, zu uns in die Richtung. Ich seh ihn nicht. Welches Fenster? Ja, ja, ja. Zweites Fenster. Die zwei rechten Fenster. Die zwei rechten Fenster. Eines im rechten, einer ist in dem daneben, links. Ähm, haben gerade beide rausgepickt. Die sind immer noch drin. 100 pro. Ja, ich glaubte das. Alles easy. Ja, die schauen third person. Klar, jetzt, äh, er rennt wieder. Ja, 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 ja. Hat mich gesehen und jetzt geht er wieder zurück. Ist es... Okay, einer ganz rechts, ganz rechts. Jetzt schaut es raus. Der rechts hat einen Hedder bekommen. Wollen wir die pushen jetzt? Äh, bin dabei. Warte. 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 Granate, hast du? Ja, hab ich versucht. Man ist drin. Man ist drin. Achtung, Granate, oben. Er ist hier an der Tür gewesen. Ich bin unten, geil. Ich komm von... Ich seh ihn nicht. Ich seh ihn nicht. Ich hab ihn. Einer down. Das heißt, der andere wurde aufgehoben. Okay, du bist allein. Warte mal, ich probier raufzukommen. Ich hab beide. Wir können rein. Sehr gut. Okay, 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 okay. Okay. Meine Granate hat die nicht gekillt, die Schweine. Das war aber gut. Ich nehm mal die andere Sniper, die die haben. Ich wechsle mal. Mach, 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 mach. Äh, Helm haben wir auch. Wir haben diese UBSZ. Ich glaub, die nehm ich einfach mal. Okay. Ich heim mich jetzt erstmal wieder. Neue Zone ist... Moment, läuft die schon oder kommt die noch? Scheiße, wir müssen laufen. Wir müssen laufen, Kapuze. Okay. Oh, jetzt schon? Ich weiß es nicht. Da steht kein Timer dran, aber ich glaube schon. Also, okay. Wir sollten... Jaja, die kommt, die kommt, die kommt. Okay. 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 Das geht noch, weil die halt nicht mehr groß ist, aber die wird unendlich viel Schaden machen. Ja, okay, okay. Ja, daran will ich jetzt ungern sterben, Bubele. Wir hatten den geilen Kampf. Das war spannend. Hast du grad das Medi-Pack auf der Brücke? Ich hoffe. Okay, ja, es ist nimmer da. Ja. Okay. Der Kampf war nice, Bub. Wuh. Okay, okay, okay. Wuh, wuh, wuh. Ich bin am Sprinzeln. Okay. Das war... Taktisch. Meine Granate flog rein, aber da drin war es doch... Okay. Der kommt jetzt schon. Ja, die kommt schon ganz... Ich bin von links beschossen hinter uns. Aber der ist außerhalb der Zone. Der ist außerhalb der Zone. Das Problem wird für uns das Wasser sein. Äh... Ja, stimmt. Huh! Die Zone ist super langsam, leider. Ja, aber glaubst du, dass der Dude für uns ne Gefahr... Ja, jetzt ja. Ja, jetzt ja. Siehst du den Baum vor dir? Erstmal auftauchen können. Okay. Ich glaube, ich glaube, dass... Ich hab ihn leider mit Sprinten geschwommen. Ich auch. Dann bist du... Genau, dann verlierst du schnell Power. Und dann würdest du ertrinken unter Wasser. Ja, stimmt. Die sind außerhalb der Zone. Die sind außerhalb der Zone. Die kassiert. Okay, okay, okay. 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 Nein, 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 nein. Er schießt. Die wollen, glaub ich, nur töten. Genau. Okay, ja, ja. Okay, ich bin hinterm Hügel. Ich bin hinterm Hügel. Ja. Hier können wir... Ja, die Zone kommt immer noch. Ja, okay, dick. Okay, okay, okay. Ähm, dann suchen wir jetzt... Wenn sie's schaffen würden, was könnte... Ein Medipack, whatever. Dann lass uns hier abfangen. Ja, aber dann können wir erst hier liegen bleiben oder so. Und hier haben wir echt nicht so viel Deckung, ne? Klar, aber... Ja. Schießt noch. Das sind doch die, oder? Vor uns liegt ein Airdrop, das ist natürlich immer gefährlich. Ja. Hier ist ein Stein. Auch nicht geil. Ne, hier ist ganz orsch. Wir können die Hütte nehmen. Vielleicht. Okay. Überhaupt erst mal Deckung. Ja, ja, ja. Moment, zwei Leute sind gestorben. Außerhalb des Spielbereichs. Ich mein, sie schießen nicht mehr, ne? Ja. Die haben wahrscheinlich nur noch versucht, uns abzuballern. Das hab ich mir gedacht, ja, ja. Aber sehen wir sie? Sehen wir sie? Ne, oder? Ne, ne, ne. Ähm, Gegner 265. Die laufen jetzt auch am Rand lang. Ja, okay, warte. Der ist weit weg, aber ich kann's versuchen. Ich hab'n Silencer. Hab' ihn einmal getroffen. Ja, lasse. Okay, der weiß zwar, wo der Schuss kam, aber ist noch alles gut. Wir haben... Neue Zone ist nicht so weit weg, aber die läuft schon wieder. Ja, äh... Ich... Oh, okay, ja, sie kommt schon hier. Ja, ja, ja. Du musst... Äh, 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 hinter uns, hinter uns einer beim Stein, beim Stein. Ja, wir haben nicht so viel Zeit, Engel. Du bist der... Sie hat Granaten in Hand, hat eine Granate in Hand. Ja, der schießt auf uns. Und... Hä? Wait. Jetzt geh' ich down. Ja, 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 ich bin leider einer... Ich bin zwischen beiden gewesen. Einer ist Norden an dem Baum. Der kommt, der pusht dich. Okay, bleib noch drin, wenn du kannst. Einer pusht dich jetzt. Er kommt an die Hütte links. Am Fenster wird er gleich kommen. Er ist jetzt genau auf meiner Seite. Komm! Schön! Mach ihn! Oh Gott! Schade! Hast du es nie mehr geschafft? Einen hattest du geholt. Ja, den hab ich... Ja, einen da... Er lässt ihn auch liegen. Ja, ja. Wir gucken mal zu. Ich hab mal Zuschauen gedrückt. Ich guck mir eben das Ende an. Und für unser Kampf war man meines. Weil ich nicht auf Single war. Single ist halt echt besser. Ich war halt auf Burst. Ja, kommt drauf an auf welche. Burst sowieso nicht. Also Burst würde ich glaube ich nie machen. Immer das dazwischen. Ja, ist aber knapp. Ein HP. Überlebt er? Ja, ja. Wenn du anfängst aufzunehmen, kriegst du keinen Schaden mehr. Außer du bist außerhalb der Zone. Aber vielleicht schaffen sie es ja jetzt noch. Ja, es ärgert mich. Ich hätte ihn noch haben können. Das war nicht schlecht. Ich hätte mit der anderen Waffe weiterschütten. Die Zone war langsamer als ich gedacht hab. Oh. Ja. Der andere hat nen Disconnect. Der andere ist weg. Deswegen. Boah, das ist aber auch ärgerlich. Also weil der, der mich gekillt hat, dem guck ich nicht mehr zu. Also ich hör jetzt den Fast Drive zu. Ja genau, ich auch. Nicht mehr dem, der aufheben konnte. Aber es war... Ja, war ne gute Runde, oder? Wir hatten nen... Der Kampf im Bootcamp wahrscheinlich. Der Kampf war geil. Der war sehr praktisch. Und das war nice. Leute, dafür, dass wir solche PUBG-Anfänger sind, war das doch ein geiler... Also im Bootcamp haben wir gerockt. Richtig, absolut. Und das Ding ist halt auch immer, du musst sagen, in PUBG ist es viel nicht viel schwerer, länger zu überleben als in, ja, Fortnite zum Beispiel. Ich finde, das ist halt noch mal mehr survival, ja. Und deswegen finde ich, es sind auch solche Folgen, wo du am Ende stirbst trotzdem am Ende nice, finde ich. Ich finde, hier ist halt das Positioning, also es ist viel... Absolut. Es hat auch ein bisschen was mit Glück zu tun, wie gut du positioniert bist. Also wenn du die Zone bei dir ist, klar, das kannst du natürlich auch... Du kannst nachhelfen deinem Glück. Ja, ja. Aber in Fortnite ist es egal, ob du in einer schlechten Pose bist oder nicht, weil du baust dir die gute Pose. Genau, genau. Deshalb... Genau das würde ich sagen. Deswegen glaube ich, auch wenn wir jetzt gestorben sind oder so, ist halt trotzdem eine geile Folge gewesen. Ja, glaube ich auch. Aber jetzt gucken wir mal hier noch, ob der Fast Drive... Fast Drive? Ich glaube im One on Two. Achso, wirklich? Das ist der Typ, den ich nämlich beschossen habe. Achso, der mit der gelben Wester. Genau, weil der hatte zufällig diese gelbe Jacke an. Ja. Jetzt natürlich die Frage, wie schafft... Kann er die beiden Leute holen? Ja... Ich hatte halt gar keine Deckung, als wir aus dem Haus kamen. Ja. Ich dachte, da ist einer. Ja. Dann war ich leider zwischen beiden und irgendwo hin konntest du dann auch nicht mehr. Ich weiß auch nicht, ob mich die Zone gekildert hat oder der. Weil ich war dann in der Zone. Und das Ding war... Mein Problem, ich war auf Auto Fire. Und das... Weiß ich nicht. Ist glaube ich nur im Close Combat gut. Also so. Ich frage mich, was er... Er hätte nach oben noch gehen können. Erstmal, dass er eine gelbe WK abgelegt... Wollte grad sagen. Sieht er das wir im Zug schon? Ich weiß nicht, ob du... Ja doch, das haben sie ja übernommen. Achso. Er sieht, dass drei Leute im Zug kommen. Dann siehst du ja links unten ein Auge. Oben links hast du das Auge auch. Dasselbe. Achso. Drei Leute schauen ihm jetzt zu? Okay. Also sind Jude wahrscheinlich und wir. Aber er hat eine Silent... Okay. Das ist jetzt halt... Aber die Zone ist gut für ihn. Er ist auf jeden Fall drin, ja. LOL. Sieht man das halt wirklich nicht? Ja wahrscheinlich, ne? Was macht... Ach da vorne hinten. Hinter dem Stein hast du gesehen? Da. Ja. Jetzt wird's heiß. Genauso hab ich auch geschossen. Ziemlich teuer. Ja gut, links. Ja gut, okay. Hat er keine Chance gehabt. Na ja. So kann's gehen. Das war knapp. Aber 2 on 1. Und er hatte den Low Ground. Er hätte links hoch gehen müssen. Genau. Naja. Es war trotzdem ganz schön, Leute. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß. Ihr wisst ja, wir spielen PUBG nicht so oft. Deswegen haben wir hier, glaube ich, mal eine schöne Runde gemacht. Ich finde auch... Ich würde mich sehr über euren Support freuen. Wir werden ja mit der Zeit auch besser. Schaut bei Capuzo vorbei. Ist ja, macht's gut. Tschau. Tschüss.